hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal und die keynote ist vorbei das ipad 2 wurde von steve jobs vorgestellt und hier sehen wir auch schon das bild dazu zu dem ipad 2 es gibt sehr 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 viele neue feature die ich in diesem video kurz ansprechen möchte ich befasse mich bei diesem video nur auf das ipad 2 erstmal s 4.3 mache ich später noch ein anderes video zu und fangen wir mal an also wir sehen schon auf dem bild hier dass das ipad 2 erhältlich ist in weiß und schwarz ja auch im weiß also man muss nicht noch sehr sehr lange warten um so ein weißes gerät zu bekommen wie beim iphone da kommt ja fast schon iphone 5 und das weiße iphone ist noch gar nicht da naja wie auch immer auf jeden fall das weiße und schwarze ipad 2 ist verfügbar und wird dann zu kaufen sein dann machen wir weiter das ganze soll 33 prozent dünner sein wie das ipad 1 das bedeutet das neue ipad 2 ist dünner wie das iphone 4 und das ist doch schon richtig dünn auf jeden fall sehr gut und dazu soll das ganze noch 15 prozent leichter sein auf diesem bild sieht man auch mit dem iphone 4 verglichen wie dünn das ist das ganze soll dann auch 15 prozent leichter sein wie das alte ipad und der display und die auflösung bleibt gleich das ganze hat einen a5 dual core chip verbaut und mit diesen chip wie man hier sieht auf der grafik ist das ganze zweimal schneller die cpu wie beim ipad 1 und die grafikleistung wurde um das neunfache verbessert das ipad 2 hat ein eine facetime kamera und eine hintere kamera mit der hinteren kamera können wir von hd videos machen und mit der facetime kamera können wir vorne natürlich dann facetime machen mit unserem ipad was natürlich sehr sinnvoll ist weiter zur akku laufzeit das ganze wird zehn stunden im betrieb laufen und ich glaube wie war das ein monat im sleep modus das auch ziemlich viel ist auf jeden fall wenn da steht zehn stunden dann sind das bei noch zehn stunden bei apple und das doch schon richtig gut für ein tablet dann zu den kosten das ganze ist von den kosten gleich wie bei dem alten ipad das bedeutet dass die billigste variante 500 dollar kostet und die teuerste variante 829 dollar bei 64 gigabyte und 5 499 dann bei 16 gigabyte natürlich mit den unterschieden 3g oder wifi was man gerne haben möchte dazu hat apple noch ein neues produkt entwickelt zum ipad 2 und zwar das ipad smart cover das ist ein extra von apple entwickeltes case für das ipad 2 was man über das display legen kann und das ganze magnetisch an das ipad 2 angelegt wird also es wird nur das display damit bedeckt und sobald dieses ipad smart cover über das ipad 2 liegt geht das ipad 2 automatisch in den sleep modus das heißt man muss nicht den power oder den home button noch drücken und wenn man das ganze abzieht oder nur so eine kleine seite öffnen man sieht das kann man so zusammenklappen dann geht das automatisch aus dem sleep modus wieder raus und man kann sofort weiter mit dem gerät arbeiten das ganze wird wie gesagt mit magneten befestigt an der linken seite und das kann man super einfach drauf machen einfach daran und die magneten werden das natürlich automatisch dann finden und bedecken dann kann man das ganze zusammenklappen wie man so sieht das einzelne zusammenklappen und als ständer benutzen entweder hinstellen und sich damit einen film anschauen oder flach hinstellen um damit zu schreiben also so wie eine tastatur das auch ziemlich genial ist das gibt es glaube ich in sehr sehr vielen farben und einmal in der billig variante ich weiß nicht was es für ein stoff ist und bei der teuren variante müsste es eigentlich leder sein das ipad 2 ist ab dem 25 märz 2011 in deutschland erhältlich ab dem 11 märz in amerika und das soweit zum ipad 2 das nehmen die grunddaten zum ipad 2 und natürlich wieder mit auch ios 4.3 kommen was glaube ich auch schon ab dem 11 märz kommen wird und dazu wie ich extra noch mal ein video machen weil mit dem mit 1 4.3 bekommt das iphone und das ipad 2 und die anderen geräte natürlich sehr sehr viele neue features die wir dann in dem nächsten video besprechen werden das soweit zum ipad 2 ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja daumen hoch favorisieren und ein kommentar und natürlich wenn es euch ganz gut gefallen hat ein abo damit ihr meinen nächsten videos nicht verpasst soweit zum ipad 2 ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal auf wiedersehen